ja und so leute da sind wir beim nächsten video diesmal terors ein promo pack ihr wisst die kommen immer wieder random hier rein ich kann dagegen nichts tun es tut mir leid ja erst meine mauer mit einem coach dann haben wir ein dampfschlote schockland nicht schlecht kommt getapptes spiel wenn nichts bei leben bezahlt inselgebirge war damals eins der heiß begehrtesten heute geht so dann haben wir einen grauen händler von as fordell fünf mana zwei vier immer wieder spielverkommen verliert jeder gegner x leben wobei x die anzahl an devotion zu schwarz ist und man selber hält so viel leben wie auf diese weise verloren das ist im commander ein richtig geiles staple also jeder schwarzspieler im commander hat den praktisch schon mal gespielt meiner meinung nach selbst ich habe den in drei schwarzen commander dex gespielt nicht so wie die dampfschlote so und wir haben noch ein was bist du denn tektonischer riese okay viermal drei vier immer wenn der angreift oder das ziel eines zauberspruchs wird in der gegner kontrolliert das ist spezifisch bestimme eins der tektonische riese fügt jedem gegner drei schadenspunkte zu nicht schlecht schicke die obersten zwei karten deinem ticket sechs ziel du kannst eine davon ach du bestimmst eine davon du kannst sie bis zum ende des zuges wirken also spielen bis zum ende deines nächsten zuges das nicht schlecht ja wie immer bei den promopacks das ging relativ schnell das einzige was ich jetzt noch mache ist für die leute die noch keinen code hatten vielleicht ist er noch nicht eingelöst wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin aber das seht tschau tschau